Hallo, das ist Naruto1986. Herzlich Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Part 53. Und jetzt machen wir die Wahl, wo wir auch mit haben. Mate, Yu-Gi-Muto. Das Duell. Ah, das ist das schwarze Loch. 4, 5. Nachtminken. Wann ist der schon mal erledigt? Egal. Wann haben wir Zeit? So, kommen wir zu mir. So. Wann haben wir noch zum getrocknet? Perfekt. Ähm, wenn ich jetzt kommen darf... Ach, hat's auch schon gesagt. Ich mein' meinen... Ja! Der Auftritte der Dämonen. Vergiss es! Oh! Oh! Wenn ich los will, ich hab' den Dorf, hab' ich gekippt, ist er? Nein, nein, nein! Jetzt machst du alles falsch, vergiss es! So! Okay, nein, nein, nein! Mhm! Mhm! Okay! Gut zu wissen! Beim nächsten Mal! Ja! Mhm! Ja! 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 So, dann bin ich da noch mal. es geht schneller eigentlich So, tschüss, Gauwusses. Los geht's. Los geht's! Noch ein Beauftragter! Der Moon! Jetzt ist auch ein Beauftragter! Jetzt noch mal Beaufgraf an! Und du bist dran! Ta Endo! Versuch deinen Glickwheeler! So! Am besten einmal Feldwechsel im Eindruck! Arrangieren hier! Verauftragte der Moon! Und jetzt! Auch ein Beauftragter! So! Ich beende den Zug! So! 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 Das Beauftragter! Beende das Spiel! So! Und los! So! Oh Mann! Ich glaube, ein Steinschip nur! So! Geh weg! Weg mit dir! Und... Zeig dich! Flammenschwert Kämfer! Hm. Scheiss, gut Auge. Oh. Und wir haben schon ein K.P. Mein Haus. Oh. Gehen wir den? Gehen wir den? Gehen wir den? Gehen. Hm. Boah. Scheiße, dass wir den vorhin gebraucht hatten. Wir haben ja nur noch ein paar Mal gehabt. Ich fahre doch noch nicht auf und ich bin wahrscheinlich der Regen. Ja, ja. Schön. Ey, ist doch gar nichts. Passt, das passt, das passt. Der überhaupt, das passt. Er hat 2004 einen Punkt, das passt vollkommen. Dann greife ich jetzt ihn an. Zack. Dann kann sich der Schwarz... Oh, da muss ich mich schon mal in Stimmverpfiffen. Mit Verteidigungsverpfiffen. Das ist eine Verteidigungsmöse. Ja. Perfekt, da ist er auch schon. Und los geht's. Wechselspiegel. Zeig dich, Beauftragter der Dämonen. Und... So. Tschüss, schwarzer Rot-Aum-Krache. Und... Jetzt noch die... Auflöser. Das ist sie nicht. Ich habe hier drin. Wir fahren damit, wenn ich... Ich habe hier drin. Und dann. Und dann. Entspann dich... Entspann dich. Und dann. So, guck mal, jetzt wirst du erst mal 3 draußen mit dem Spindes verlieren. Gute Nacht! BAM! Mach ruhig! BAM! 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 So, dann verlierst du schon mal hier 2 tausend 4 mauspunkte... ...und jetzt noch einmal 3 tausend Punkte... ...und gewalt! Tschüss Frida! Scheiß Mechanische Zombie! Ich weiß nicht, warum ich da mal in diese Scheiße kriege, aber egal! Ich kann es jetzt gerne nochmal im Story Modus probieren, wenn nicht, dann muss ich es beim nächsten Mal lassen, weil dann hilft es mir nicht weiter da weiter zu kommen. Ich probiere es mal, aber ich kann nicht untersprechen, ob es hilft. Entschuldigung, macht es noch einmal, du bist dran. Schein der Wiese, der Berge... Hä? Wiese, Berg... Romesschrein, okay... Meer... Heiler Könige... Wüste... ... 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